Komm schon, Mike. Verlangsamer. Wir sind spät dran. Mir ist schlecht, Mike. Ich brauche ein Ginger Ale. Hol dir ein Ginger Ale. Nichts anderes. Sind die Hotdogs frisch? Hab ich gestern draufgelegt. Ich nehme ein. Packen Sie ein paar Gurken auf das Mistding. Mach die Kasse auf. Bleib da stehen! Sind das Skittles, Marcus? Das sind nicht meine, Mike. Doch, sind es. Halt die Fresse! Marcus, in den Wagen. Da ist eine Knarre vor meinem Gesicht. Bist du dich mit ihm anlegen oder mit mir? Entschuldigung, Sir. Aber ich muss leider los. Rufen Sie die Polizei. Sind Sie nicht die Polizei? Hey Reggie, hast du meine Snacks gegessen? Nein, Sir. Du hast meine Snacks gegessen, oder? Such dir endlich einen Job. Ich bin ein US Marine, Sir. Dann solltest du endlich mal ausrücken. Dad, sieh mal! Berichten zufolge hat der verstorbene Captain Conrad Howard vom Miami PD jahrelang mit Drogenkartell zusammengearbeitet. Captain Howard wurde was angehängt. Los geht's! Was zum Teufel? Er schreibt uns von der anderen Seite. Tut er nicht, Marcus? Wenn ihr das seht, bin ich vermutlich tot. Scheiße! Mist! Verdammter Mist! Daddy! Ich weiß nicht, wer daran beteiligt ist, aber vertraut niemandem. Ihr seid meine Bad Boys. Wascht meinen Namen rein. Ihr solltet vorsichtig sein. Ihr werdet verarscht, Detektives. Wir haben zwei Verdächtige, Laurie und Burnett. Sie sind bewaffnet und gefährlich. In fünf, vier, drei. Verdammt! Wischwasser ist brennbar! Ich bin kein verdammter Wissenschaftler! Ihr seid echt ein paar beschissene Flüchtige. Ich brauche etwas Fieses, Mike! Bad Boy! Ich habe das im Griff! Hast du eben nicht! Hey Mike, wir sind Seelenverwandte. Nein, ich stelle mir meinen Seelenverwandten anders vor als das. Du siehst nur das Äußerliche. Seelen haben keine Schwänze. Ich bin mit ziemlich sicher, dass meine Seele einen Schwanz hat.